Hey, ich habe gerade auf dem Radio unseren Bundespräsidenten gehört, Gauk. So in der Art, der hat gesagt, man kann die Flüchtlinge nicht dafür verantwortlich machen, dass in Berlin sowas passiert ist. So in der Art, die dürfen das. Die sind schwer traumatisiert, die dürfen sich in der Luft klauen, Frauen umlegen und Menschen mehr gefahren. Wo kommen wir denn hin? Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja alles fürchterlich und ich bin todtraurig, aber natürlich mache ich die Flüchtlingskrise von Angela Merkel. Dafür verantwortlich, dass sowas jetzt auch in Deutschland passiert. Paris, Brüssel, Berlin, eine Linie. Überall Tote, überall Anschläge, überall Flüchtlinge oder vom IS gesteuert. Der IS hat ja schon angekündigt. Wir sind unseres Lebens nicht mehr sicher. Schleißen die ganzen Terroristen als Flüchtlinge hier ein und so. Das ist ganz schön schlimm, ist das geworden in Deutschland. Wir sind nicht mehr sicher. Und Entschuldigung, für diese Blasen, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Tschüss!